Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar Seibewusstsein im Fokus. Ich bin Nancy Seidel, Director Sales und Marketing hier bei der Softline und das sind meine Kollegen Ulf und Christian. Hallo, hallo, Ninti. Ja, vielleicht wollt ihr euch ganz kurz vorstellen, damit wir alle wissen, mit welchen Experten wir heute in dieses Webinar starten. Ja, fange ich einfach mal an. Mein Name ist Ulf Seibert, ich bin seit 13 Jahren bei der Softline. Ich bin verantwortlich für den Cyber Security Bereich im Unternehmen und bin auch verantwortlich für die Zertifizierung im eigenen Haus. Das ist so mein Hintergrund, sehr technisch, aber auch in den organisatorischen Maßnahmen unterwegs. Ich freue mich sehr, dass der Christian heute mit dabei ist. Wir haben ja einige Themen, die wir auch zusammen bearbeiten, unter anderem das SOC Offering, über das werden wir sicherlich auch noch mal kurz sprechen, aber vielleicht stellst du dich ganz kurz vor. Ich würde den Staffelstab einmal übernehmen. Vielen Dank, der Christian Klaus-Bürkner mein Name. Hallo, ich freue mich, dass die Kollegen der Softline mich hier heute als Externen eingeladen haben, dabei zu sein. Ich selber bin Teamleiter der Digiforce für Threat Detection and Response, bedeutet, mein Team übernimmt alles, was mit IT-Sicherheitsvorfällen zu tun hat. Also immer dann, wenn der Nutzer schon auf den bösen Link geklickt hat, der Drohanna installiert wird und spätestens dann, wenn die Ransomware so die 14.000 Systeme verschlüsselt hat, dann ist meistens der Moment, wo man dann als Betroffener zum Telefon greift und dann bei uns anruft. Das heißt Forensics Services als Ganzes. Die Analyse von Daten, aber auch die Verhandlungen und die Kommunikation mit mit den Tätern sowie auch mit den Strafverfolgungsbehörden. Das sind alles Themen, die bei uns anfallen und manchmal sind wir natürlich auch präventiv unterwegs. Penetrationstest, Vorbereitung auf den Ernstfall, ER-Plan und so weiter. Das mal um ganz kurz die, ja das Themengebiet der Digiforce schnell zu wollen. Genau. Dankeschön Christian. Vielleicht noch ein paar kurze Worte zur Softline. Wir verstehen uns als IT-Service-Provider und sind natürlich zertifiziert bis unter die Zähne. Das heißt 27.001 und 9001. Vielleicht auch noch zu erwähnen, man arbeitet hier gerne. Also wir sind auch ausgezeichnet mit dem Logo Great Place to Work. Ja, unsere Services strukturieren sich weiter über die Security hinaus. Einmal natürlich das Thema Security, aber auch das Thema Cloud und IT Asset Management. Wir sind ein unabhängiger Dienstleister und beraten Sie in all diesen Themen. Aber wir sind ja heute zum Thema Cyberbewusstsein im Fokus hier. Ihr Team als erste Verteidigungslinie. Was wollen wir heute besprechen? Einmal möchte Ulf einen kleinen Einblick in die Cybersecurity-Strategien, die Sie für Ihr Unternehmen finden können, geben. Dann wollen wir etwas über Ransom-Vorfälle sprechen und Ihnen natürlich Tipps und Tricks, wie Sie Ihr Unternehmen dafür vorbereiten können, geben. Ja Ulf, Strategie ist genau dein Thema. Was kannst du dazu sagen? Ich glaube, die Kernpunkte, die es ausmachen, ein Unternehmen resilient gegenüber Cyberangriffen aufzustellen, untergliedert sich in mehrere Punkte, die hier jetzt natürlich aufgeführt werden, würde da ganz kurz ein paar Worte dazu verlieren. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass sich die Unternehmen bewusst werden, welche Arten von Informationen, von Daten und von schützenswerten Systemen haben sie und wie sind sie abgesichert gegenüber Cyberangriffen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nachfolgend ist sicherlich auch klar, dass mithilfe von Sicherheitsrichtlinien und sicheren Verfahren natürlich sichergestellt wird, dass über eine klare und verständliche Kommunikation und auch anwendbare Regeln dafür gesorgt wird, dass die Sicherheit im eigenen Unternehmen natürlich gestärkt wird. Und das ist ganz eng damit verbunden, dass ich meine Mitarbeiter mit ins Boot hole bei diesem Thema und das Bewusstsein gegenüber dem, was schief laufen kann. Und da werden wir heute noch ein bisschen gemeinsam drüber sprechen. Natürlich immer wieder das Schaffen von Bewusstsein und natürlich das Thema in den Vordergrund zu setzen. Der Mitarbeiter ist am Ende auch eine Art Firewall für das Unternehmen. Dazu gehören natürlich technische Möglichkeiten, indem ich für transparent in meinem Netz sorge, um natürlich zu sehen, was passiert denn eigentlich? Bin ich in der Lage überhaupt zu erkennen, dass ich angegriffen werde? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn es dann soweit ist, muss ich natürlich in der Lage sein, mit Reaktionsplänen oder auch Notfallplanung mit so einer Situation umzugehen, um natürlich entsprechende Krisensituationen vielleicht auch schon mal durchgespielt zu haben. Also das Zusammenwirken von Technologie, von Menschen, von Lösungen, die ich zum Einsatz bringe und natürlich auch die Zusammenarbeit mit Partnern, mit Beratern oder auch mit Vorfallspraktikern ist am Ende ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil, den wir an der Stelle nutzen und den wir natürlich auch mit unseren Kunden gemeinsam erarbeiten und als Services zur Verfügung stellen. Ja, ich glaube, das sind ganz, ganz viele Themen, die man sich als Unternehmen irgendwie auf den Tisch schaffen muss. Wenn ich eine super Strategie ausgearbeitet habe, meint ihr, dass es dann zu keinem Vorfall kommt oder wie sieht die Realität aus? Christian, kannst du vielleicht was dazu sagen? Ich würde gerne, wenn es um diese Betrachtung dieser Themen geht, muss man glaube ich noch ein Stück weiter vorne anfangen. Die technische Umsetzung ist das eine, aber ich glaube, die meisten Leute müssen erstmal im Kopf damit anfangen. Uns wird meistens immer die Frage gestellt, ja, warum denn ich? Ich tue doch niemandem was. Ja, und da sieht man meistens schon, dass noch gar nicht angekommen ist bei den Leuten, dass jeder ein Ziel sein kann. Und selbst wenn man dann einen Vorfall hatte, ist es oft so, dass danach die Frage kommt, na gut, der Blitz schlägt ja nicht zweimal ein, jetzt sind wir ja durch. Als ob man das auf so einer Checkliste abhakt, ich hatte jetzt meinen Vorfall, jetzt habe ich ja die nächsten Jahre Ruhe. Und das ist ja irgendwo, wenn wir ehrlich sind, ja, so nicht die Wahrheit. Das heißt, ich muss schon da bei den Leuten bewusst sein, das ist glaube ich die Überschrift, schon ganz vorne anfangen. Ich muss mir wirklich der Bedrohungslage klar sein und erst dann kann ich anfangen, die ganzen Themen technisch, organisatorisch und vor allem auch mit dem Nutzer umzusetzen. Das sind so die Dinge, die wir immer wieder sehen, weil diese Fragen irgendwie immer wieder gestellt werden. Und in der echten Welt ist es dann leider so, dass man eben manchmal durchaus angefangen hat, sich eine teure Firewall anzuschaffen oder von mir aus auch ein gewisses Rechtekonzept sich überlegt hat. Und meistens wird dann dort irgendwo aufgehört, weil man dann eben irgendwo bei Security einen Haken dran hat. Vielleicht braucht man ein, zwei, drei Themen für eine Cyberversicherung oder für eine ISO oder ähnliches. Und sobald man das dann hat, ist, ja, Security abgehakt und dann lässt man das schleifen ab dem Moment. Dann sagt man, okay, war teuer genug. Und dann ist immer die Frage, ja, was braucht der Angriff denn eigentlich wirklich, um ins Netz zu kommen? Weil es reicht ein Zero Day oder es reicht ein unaufmerksamer Mitarbeiter, der eben dann doch auf den Link klickt. Und dann mag die Firewall ja vielleicht das eine sein, aber vielleicht hätte ich mal noch irgendwie eine Application Whitelist gebraucht. Wir reden ja auch mal von Security in Depth, dass ich also verschiedene Security Mechanismen übereinander starbe, dass ich eben genau diese Einheit auch zwischen Nutzer und Technik schaffe. Und das kriege ich eben nicht hin, wenn ich das einfach nur als Haken sehe, den ich erledigen möchte und dann aufhöre an der Stelle. Ich möchte ganz kurz einen Punkt auch nochmal aufgreifen, den du gerade angesprochen hast. Das Thema nicht zu Ende gedacht. Investitionen werden getrieben in Technologien und was wir ganz oft sehen, ist natürlich am Ende das Personal, um einen sicheren Betrieb tatsächlich abzudecken, ist meistens eine Problemstellung, die bei der ganzen Planung eines Cyber Security Programms im Unternehmen meistens nicht ganz zu Ende gedacht wird. Wir sehen das in den Diskussionen mit unseren Kunden über den Sockservice, den wir schon angesprochen haben, immer wieder, dass das eigentlich das größte Problem ist, dass das Personal gar nicht da ist, die Überwachungstätigkeit beispielsweise auch durchzuführen an der Stelle. Ja, vielleicht auch nochmal dazu zu fragen, es geht ja nicht mehr darum, ob man angegriffen wird, sondern wann wird man angegriffen. Und daher die Frage, was ist am Ende des Tages wirklich wichtig? Vielleicht könnt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch vielleicht ein paar Punkte geben, auf was sie wirklich achten sollten. Ja, ich denke, ganz ganz wichtig ist, dass wir natürlich daran denken, das Thema Cybersicherheit ist natürlich am Ende des Tages Chefsache. Das muss aus der, wenn ich das so sage, aus der obersten Heeresleitung am Ende auch getrieben werden. Wenn das nicht der Fall ist und der Rücken halt an der Stelle fehlt, dann habe ich wirklich ein Problem, weil das natürlich klar in der Umsetzung dann meistens schief geht, andere Prioritäten gesetzt werden. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, das ist, wenn ich da eingrätschen darf, das ist natürlich im Vorhinein wichtig, bevor ich diesen Vorfall habe, weil ich natürlich ohne Rückendeckung an der Stelle überhaupt nicht dazu komme, meine Nutzer irgendwie ein bisschen dafür zu sensibilisieren oder gar nicht dazu kommen, möglicherweise eine Technik zu implementieren, die eine gewisse Sicherheit bietet. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wirklich dann so und wir sehen das immer wieder im Ernstfall, wenn wir drei Uhr nachts beim verschlüsselten Krankenhaus oder Energieanbieter sitzen und nichts geht. Ja, die Webserver sind nicht mehr verfügbar. Es geht keine E-Mail, es geht kein Telefon. Und man sich dann erstmal überlegt, wie kommen wir denn eigentlich wieder in Richtung Normalität zurück? Dass es dann natürlich ganz wichtig ist, dass die Leute, die da sitzen, die am Ende dieses, ja jetzt sage ich mal, durchaus kompromittierte System mit vielleicht tausenden von Rechnern oder Servern, die alle irgendwie betroffen sind, wo man ja ganz viele Dinge wieder aufbauen muss. Und das weiß man ja von erfahren, dass das Monate dauern wird, bis man wieder zur Normalität zurückkommt. Da brauche ich natürlich auch eine gewisse Motivation bei meinen Leuten. Und das funktioniert nicht, wenn ich nicht irgendwo Rückenwind habe und den brauche ich irgendwo von ganz oben. Sonst spiele ich da auch verloren im Posten. Genau. Da gibt es ja auch noch weitere Themen, also das Thema Cyberresilienz. Was kann ich darunter verstehen? Es ist eigentlich eine Zusammenfassung von den Themen, die wir in dem Bereich der Informationssicherheitsziele natürlich sehen. Also Schutz von sicherstellen, von Etikett, Verfügbarkeiten sicherzustellen beispielsweise. Aber natürlich auch dafür zu sorgen, dass Dienste, die ich anbiete, je nach Leistungsauslastung natürlich eine gewisse Skalierbarkeit zur Verfügung stellen. Und damit ich in der Lage bin, auf bestimmte Bedrohungssituationen natürlich auch zu reagieren. Stellvertretend genannt, die durch Attacken beispielsweise. Auf sowas sollte ich vorbereitet sein. Und das gehört natürlich alles ein Stück weit mit in dieses Themenfeld hinein. Ja, genau. Und gibt es denn Themen, die besonders schützenswert sind? Also gibt es, also wenn ich jetzt so einen Notfallplan habe, muss wahrscheinlich jetzt nicht jeder Rechner und jeder Server darin sofort Priorität 1 behandelt werden. Gibt es da auch Strategien, wie sowas aufgestellt wird im Sinne von die Kronjuwelen schützen? Also ich glaube, das gehört natürlich grundlegend dazu, wenn man sich auch die Forderungen aus der jetzigen, sagen wir mal Compliance oder Gesetzeslage anguckt. Gucken wir in den Bereich Kritis, BSI, SIG 2.0 oder auch die Forderungen, die aus NANIS II am Ende hervorkommen. Geht es natürlich darum, dass jedes Unternehmen die Aufgabe hat, für sich festzustellen, was sind denn eigentlich meine schützenswerten Assets? Wir haben da vorhin auch schon ganz kurz drüber gesprochen und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt dort mit technischen Maßnahmen. Ob es Segmentierung ist, ob es ein IDR-System oder IDS-Systeme am Ende sind, technologisch dafür zu sorgen, dass diese geschützt sind und vielleicht auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, segmentiert und damit vielleicht auch voneinander abgeschirmt sind. Aber ich glaube, wichtig ist auch, dass man sich genau darüber Gedanken macht, wie schütze ich denn diese Daten selber? Und die Idee sozusagen, Daten tatsächlich auch zu verschlüsseln, um damit Vorsorge zu treffen, dass sie natürlich nicht exploriert werden und wir verschiedene Angriffe tatsächlich auch darauf auszielen oder abzielen, natürlich Informationen abzuziehen, damit eine Erpressungsgrundlage zu setzen. Ich glaube, das ist eben auch ein wichtiger Punkt, den man bedenken sollte und kann, ich weiß nicht, wie du das siehst, Christian, kann aber aus meiner Sicht auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich sein, um sich dieser Erpressung durch abgeflossene Daten zu widersetzen. Ja, unbedingt. Wir werden nachher nochmal ins Thema Ransomware ein bisschen einsteigen, aber ich würde ganz kurz noch zum vorhergehenden Punkt, die Kronjuwelen, das ist ja so die Überleitung, wenn wir gerufen werden zum Sicherheitsvorfall als Forensiker, ist das Erste, was wir immer tun, natürlich uns die wichtigsten Systeme angucken, weil auch dem Angreifer ist natürlich ganz klar, dass er hier, und wir werden es bei Ransomware nachher nochmal aufgreifen, dieses Thema am ehesten kompromittieren wird, die eine gewisse Wichtigkeit, eine gewisse Relevanz fürs Unternehmen haben. Das heißt, dort, wo unternehmensrelevante Daten liegen, wo vielleicht Gehaltsabrechnungen, mitarbeiterrelevante Dinge liegen, die Postfächer, alles, möglicherweise Datenbanken, je nachdem, womit das Unternehmen arbeitet, wir sehen auch immer wieder Patientendaten in solchen Fällen, alles, was eine hohe Relevanz hat, ist für den Angreifer wichtig, insbesondere bei Ransomware, weil wir heute bei dieser Double Extortion davon sprechen, dass man eben auf zwei Seiten erpresst wird, also einerseits durch das Verschlüsseln der Daten, aber andererseits durch das Exfiltrieren der Daten außerhalb. Die Angreifer nehmen diese Daten dann mit und wenn ich hier schon dafür sorge, dass meine Systeme a. gesichert sind und b. meine wichtigen Daten vielleicht in einem Format vorliegen, mit dem der Angreifer gar nichts anfangen kann, beziehungsweise wenn er sie denn hochlädt und mit der Öffentlichkeit teilt über das Darknet, dass die Öffentlichkeit dann damit nichts anfangen kann, dann bin ich dieser ganzen Erpressung schon einen ganzen Schritt voraus, weil ich einfach an der Stelle mich nicht mehr erpressbar mache, weil ich sage, gut, jetzt sind die Daten vielleicht online, aber es kann sie eh keiner ansehen, damit kann ich mich durchaus absichern. Und wie gesagt, die forensischen ersten Schritte, die wir tun, sind immer, sich erstmal die relevanten Systeme anzukühlen, da gehört sowas wie ein Pfeilsauber dazu, da gehört sowas wie ein AD mit dazu, da gehören natürlich auch die exponierten Systeme dazu, was habe ich denn alles, was extern erreichbar ist, steht möglicherweise in der DMZ und dann guckt man sich eben an, was eben auch die Angreifer als erstes sehen könnten, so die Low Hanging Foods nennt man das ja gerne, was man eben als erstes angreifen könnte, um den Schritt in die Infrastruktur zu wagen. Und genau das sind die Themen, die man dort sich wirklich als Unternehmer oder auch als Admin, der irgendwo ja eine Verantwortlichkeit für dieses Thema hat, sich überlegen muss, was schütze ich, was ist schützenswert in meinem Bereich. Ja, ich glaube, um dir hier nochmal ganz kurz auch einzuhaken, ich glaube, es gibt natürlich so ein paar grundlegende Sicherheitsbasics, die heutzutage jeder natürlich auch einhalten sollte. Wir sprechen über ganz klassische Sachen, Zugangsbeschränkungen, am Ende ein ordentliches Rollen- und Rechtekonzept, das Thema Least Privileges, was ich wirklich leben sollte. Ich brauche nicht überall administrative Zugriffe und wenn ich die benötige, dann kann ich die zeitbasiert einfach zuweisen. Das sind ganz elementare Grundlagen, aber das geht natürlich auch ein Stück weit weiter, indem ich mir natürlich überlege, auch meine Systeme auch aktuell zu halten. Wir haben vorhin das Thema Zero-D, das hilft mir in dem Fall vielleicht nicht unmittelbar, sonst wäre es kein Zero-D. Aber natürlich langfristig gesehen ist das Thema Patch-Management, Aktualisieren von Systemen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir werden das nachher auch sehen, dass natürlich immer eine ganz große Ursache ist, wie man sich angreifbar macht und dagegen kann man einfach was tun. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, also was ist am Ende wirklich wichtig? Wir müssen den Chef hinter uns haben, wir müssen die Resilienz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhöhen, wir müssen Netzwerke schützen und vor allem die Kronjuwelen schützen, aber auch so Dinge wie Daten verschlüsseln und Daten sichern. Ich denke, wir haben gerade einen ganz guten Einblick darüber bekommen, was wirklich wichtig ist. Und ja, wenn wir jetzt mal weiterschauen, was ist denn wirklich die häufigste Ursache so einer Ransomware-Attacke? Ja, also was man hier ganz gut sehen kann, letztendlich ist es dann doch die Unsicherheit oder vielleicht auch die Unwissenheit der Mitarbeiter. Ja, also ganz oben Phishing Mails. Christian, was ist die Realität? Vielleicht kannst du von ein paar Vorfällen berichten. Ich glaube, das ist ganz interessant für uns zu hören. Ja, natürlich gerne. Wir haben, ich denke immer manchmal, wenn ich so die Phishing-E-Mails sehe, die verantwortlich sind dann für die Ransomware oder auch für einen Trojan oder einen Datenabfluss, das sind ja meistens der erste Weg in das Unternehmen hinein, sozusagen der Angriffsvektor. Und danach kann man dann verschiedene Arten von Schadsoftware oder verschiedene Arten von Schäden, sage ich mal, anrichten. Und manchmal, wenn ich diese E-Mails sehe, muss ich schon ein bisschen schmunzeln, weil es durchaus wirklich E-Mails sind, wo ich der Meinung bin, es ist relativ leicht erkenntlich, dass das eben nicht der echte Partner ist, der dort zu der anderen Firma gehört und angeblich schickt, hier, ich habe dir ein Dokument da vorbereitet. Ja, das sieht man meistens an der Anrede, das sieht man daran, wie die deutsche Sprache dort durchaus ein bisschen durch den Fleischwolf gedreht wurde. Das sieht man daran, dass vielleicht ja gar nicht die Signatur stimmt oder was auch immer. Aber dennoch kommt es immer wieder dazu, dass eben Phishing durchaus ausreicht, als Angriffsvektor in die Infrastruktur zu gelangen. Ich denke mir manchmal, pro Jahr könnte das ja irgendwie weniger werden oder dass wir weniger dieser Vorfälle sehen. Aber ich glaube, wir haben die letzten Jahre oder jede Statistik, die man sich auch dazu anguckt, beweist, glaube ich, es wird immer mehr. Und damit kommt natürlich auch dem Nutzer immer mehr die Verantwortung zu, ja, hier, ja, doch ein bisschen als, als eine, ja, wir haben das vor uns mit den Schichten, hatte ich das schon angesprochen, als eine Schicht der Cyberverteidigung eben doch zu agieren. Das ist leider so, ne? Wir sind irgendwie darauf angewiesen, dass die Nutzer hier geschult sind, dass die Nutzer wissen, worauf sie klicken und dass die Nutzer eben auch die Möglichkeit haben, ja, so was zu erkennen, ne? Natürlich darf das nicht die einzige Fähigkeit sein, ne? Wenn der Nutzer auf den Link klickt und gibt seine Zugangsdaten ein oder der Nutzer lädt das Dokument runter, muss dann eigentlich auch immer eine Technik vorhanden sein, ne? Das muss so ein bisschen ineinandergreifen. Dann muss eine Technik da sein, die beispielsweise erkennt, okay, dieses und jenes Format, ja, JavaScript beispielsweise oder ISO-Datei oder so, dass du als normaler Nutzer der Buchhaltung, du musst das nicht öffnen können, ne? Das sind so Klassiker, wo ich dann immer sage, das hätte man so leicht über eine Gruppenpolicy ausrollen können und verhindern können und dann fehlt es manchmal dort eben auch an der Technik. Aber, ja, der Nutzer ist heute leider das Einfallstor Nummero eins. Ich denke, begleitet kann das natürlich durch vernünftige Security-Policies sein, die natürlich genau solche Themen adressieren, indem ich natürlich tatsächlich vorgebe, welche ausführbaren Dateien hat denn ein Nutzer oder kann ein Nutzer tatsächlich ausführen. Thema aktive Inhalte, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, Makros. Das ganze Thema PDFs werden zugesandt und am Ende nutzt der User eben keinen PDF-Reader, sondern öffnet es mit Microsoft Word und hat da drin die Möglichkeit, natürlich aktive Makros auszuführen. Und schon habe ich, ich sage mal, den Salat in Anführungsstrichen. Das sind so ganz banale Dinge, aber ich glaube, die kann man eben tatsächlich auch durch eine vernünftige Cybersecurity-Richtlinie, Stichpunkt Informationssicherheit, natürlich auch in den Griff bekommen. Aber auch das Thema Whitelisting, du hast es gesagt, welche Applikationen dürfen aufgeführt werden, spielen dabei eine Rolle. Ja, und ich glaube, auch durch KI wird das ganze Thema nicht viel einfacher. Ich glaube, wenn man ChatGPT fragt, bau mir mal eine schöne Phishing-Mail, wird es erst mal sagen, nein, das darf ich nicht. Aber ich glaube, wenn man das anders zu promptet, dann kommt man relativ schnell dazu. Oder bau mir mal schnell ein Screen von der Personalsoftware nach. Ja, und ich glaube, es wird immer schwieriger, solche Themen auch als User zu erkennen. Deswegen sind regelmäßige Beschulungen wahrscheinlich das Allerwichtigste dabei, oder Ulf? Also ich glaube, ja, dieses Bewusstsein für das, was tatsächlich passieren kann, gerade, ich sehe das hier gerade an dieser Folie auch nochmal, die Kombination natürlich von dem ersten Punkt und von dem letzten Punkt ist natürlich komplett kritisch. Du hast es angesprochen. Phishing-Mail, gut gemacht. Beispiel, OneDrive-Link zu einer Seite, die ich mit einer, ich brauche noch nicht mal eine KI dazu, aber geht wahrscheinlich schneller, um die nachzubauen und natürlich dort Authentisierungsmechanismen hervorzurufen, die dem Nutzer komplett in seinem Alltags, in seinem Arbeitsalltag natürlich bekannt vorkommen. Und er natürlich da steht und sagt, huch, naja, die URL sieht jetzt so schlimm nicht aus. Und er gibt seine Informationen, seinen Username und sein Passwort ein. Am Ende könnte man jetzt sagen, ja, verloren sind wir wieder bei der Thematik mehr stufiges Verteidigungskonzept oder Sicherheitskonzept. Jetzt hilft natürlich an der Stelle eine MFA ein Stück weit, um das Gröbste zu verhindern. Aber wie gehe ich denn damit auch um? Wie erkenne ich beispielsweise, dass Credentials abhandengekommen sind? Wie reagiere ich nachfolgend darauf? Kann ich das bewerten? Kann ich den User dazu bringen, dass er sein Passwort gegebenenfalls nach so einem Sicherheitsvorfall auch ändert? Und das sind natürlich alles Themen, die liegen viel, viel tiefer. Das hat wieder was mit Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu tun. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, wer in der Administration hat am Ende Zeit, genau das nachzuvollziehen? Und das ist etwas, was wir, glaube ich, gemeinsam immer wieder sehen, dass das eine Problemstellung ist, die es zu lösen gilt. Ja, zumal Passwort ändern ja jetzt auch nicht, ich sage mal, mal eben. Je nachdem, was du für Applikationen hast, wo der Nutzer überall ist, kann ich alles mit einem zentralen AD verwalten und habe für jede Anwendung SSO. Mag das einfach sein. Habe ich ganz viele eigene Anwendungen, wo die Nutzer eben noch eigene Passwörter haben, vielleicht auch ihre Passwörter wieder benutzen. Wir kennen das auch ganz oft, dass Passwörter einfach hochgezählt werden. Vielleicht gibt es überhaupt keine unternehmensweite Passwort-Policy. Wo werden diese Passwörter denn gespeichert? So der Klassiker mit dem Zettel unter der Tastatur oder so. Biete ich meinen Nutzer denn irgendwie einen Passwort-Manager an, wo er sich sichere Passwörter generieren und abspeichern kann? Okay, oder habe ich halt nicht so ein Konzept? Also das sind manchmal so einfache Empfehlungen von ändert mal schnell die Passwörter von ein, zwei, drei betroffenen Nutzern. Aber dieser Rattenschwanz hinten dran, was das eigentlich bedeutet und das Passwort eben mal schnell ändern, vielleicht auch nicht die Sicherheit eher langfristig vielleicht gewährleistet. Das ist immer so eine Sache und wenn wir dann uns noch ein bisschen weiter angucken, wir sehen auch immer wieder das Problem mit Bring-Your-Own-Devices, wo man also Geräte hat, wo der Nutzer auch einen privaten Bereich hat, wo er selber sich auf verschiedenen Webseiten angemeldet ist, wo er beispielsweise im Webbrowser auch in seinem Gmail-Account oder Web.de-Account angemeldet ist, darüber vielleicht auch Phishing-E-Mails öffnet. Das heißt eigentlich gar nicht im Arbeitszusammenhang, aber dennoch auf einem Gerät, das im internen Netz ist. Und dann öffnen wir natürlich dadurch noch eine ganz andere Welt des Zugriffs sozusagen. Und dann ist es natürlich als Firma ganz schwer, irgendwie dort dem Nutzer vorzuschreiben, was machst du mit deinem Passwort? Oder nimm doch bitte mal für deinen privaten E-Mail-Account ein anderes Passwort, als du das für unseren, ja im Unternehmen den nutzt. Das nachzuvollziehen ist ja sehr, sehr schwer. Und das ist eine Riesenaufgabe, wo man dann auch eine Policy braucht, um zu gucken, wie kann ich da eigentlich eine Einheit schaffen und eine Sicherheit schaffen. Ich glaube aber, was für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ganz wichtig ist, den Mitarbeiter mitzunehmen. Ich glaube, für den Mitarbeiter ist das ganz oft lästig, genau diese Dinge zu tun. Ja, und ich glaube, für viele ist das die Herausforderung, auch das Bewusstsein zu schaffen. Ja, du musst jetzt alle sechs Wochen dein Passwort ändern. Und ja, SeaWorld Trust heißt, du musst dich jedes Mal, wenn du dich anmeldest, auch das nochmal bestätigen. Aber dass es nicht lästig ist, sondern dass es wichtig ist. Und ich glaube, das ist super schwer, das in die Köpfe der Mitarbeitenden einzubringen. Ja, ein Thema an dieser Stelle ist, wie gesagt, nicht nur die, dass man eben irgendwo ein bisschen diese Freiheit, ein vierstelliges Passwort, eins, zwei, drei, vier, dass man das eben aufgibt für ein hohes Maß an Sicherheit. Das muss irgendwo in die Köpfe. Und das Zweite ist natürlich auch, dass man diesen Schuldaspekt weglässt. Wir haben immer wieder das Problem, nach so einem Phishing-Vorfall oder allgemein nach einem Sicherheitsvorfall, dass wir gerade auch vom Siebel-Level gefragt werden, wer war denn schuld. Und dann ist es ganz schwierig zu sagen, ja, das ist Mitarbeiter X, Z und Z, der auf den Link liegt hat, weil das spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Ja, das ist völlig egal, welcher Mitarbeiter es am Ende war. Und das ist auch ganz wichtig, dass man das den Leuten klar macht. Dass man zum Beispiel, wenn man denn auf so einen Link geklickt hat, das kann dem Besten passieren. Die E-Mails sind gut gemacht oder die E-Mails kommen zum Beispiel auch. Ja, wir hatten für uns KI, aber es ist ja noch einfacher, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Partnerfirma, die ich seit Jahren kenne, stell dir vor, du hättest, dein Konto wäre kompromittiert, dann nimmt man ganz klassisch dieses Schneeball-System, ich nehme das eine Konto und schreibe in dessen Name eine E-Mail an alle möglichen Kontakte. Das heißt, ich kriege jetzt also diese E-Mail vom Ulf, der gar nicht mehr der Ulf ist, dann habe ich natürlich schon einen gewissen Vertrauensbonus. Ich als Nutzer denke schon eher, okay, das ist eine echte E-Mail, einfach weil ich den Absender kenne. Und jetzt kann natürlich auch die Firewall oder das Mail-Gateray, erkennt jetzt vielleicht nicht, dass das jetzt ein Problem ist, weil das ja eine echte E-Mail von einer echten IP-Adresse ist und dadurch wird dir auch zugestellt. Du hast mir schon ein paar Mal PDFs geschickt, das ist jetzt keine Sonderheit. Das heißt, da habe ich natürlich einen viel einfachen Zugang an die Menschen. Und dann dort zu sagen, du hast nicht Schuld, es kann jedem passieren, aber du musst es melden. Sag doch Bescheid, dass du auf den Link geklickt hast. Weil umso eher die Verantwortlichen informiert sind, umso eher können sie reagieren, man kann eben auch die Sicherheitsmaßnahmen dann in Kraft setzen. Passwort ändern, Nutzer sperren, möglicherweise auch die Forensik anrufen, weil eben man festgestellt hat, da ist ein externer Zugriff von einer IP aus Bangladesch eben auf diesen Rechner erfolgt oder so. Umso eher kann man die Gegenmaßnahmen einleiten, wenn man dann Bescheid weiß. Und da muss man den Nutzer abholen und sagen, es ist nicht schlimm, dass es passiert ist, aber sag es uns bitte, weil dann können wir reagieren. Ja, das ist so. Das ist das Thema Abwägen, quasi Sicherheit gegen Komfort. Dieses Thema kennen wir seit vielen, vielen Jahren. Es darf die Arbeitswelt nicht behindern und trotzdem muss eine offene Kommunikation und ein Vertrauen auch in die Person, mit der ich natürlich am Ende des Tages darüber spreche, vorhanden sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das kann man mit dem Anschnallen verbinden. Irgendwie zum Beispiel zu bringen, früher wollten sich die Leute auch nicht anschnallen, aber für die Sicherheit schnallt man sich heute auch an. Und ich glaube, vielleicht ist es genau dieses Thema. Und ich denke, da müssen wir jetzt einfach alle gemeinsam, auch wir mit den Mitarbeitenden, einfach da diese Resilienz versuchen aufzubauen. Aber was passiert eigentlich ganz genau, wenn jetzt so eine Ransomware-Attacke gestartet wurde? Also vielleicht, Christian, kannst du ganz kurz darauf eingehen? Ja, gerne. Ich würde einmal die, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du darfst mich gerne unterbrechen. Einmal die sogenannte Cyber-Killchain, also die einzelnen Schritte, die ein Angreifer sozusagen unternimmt, um vom ersten Losschicken seines Payloads oder seiner ersten Angriffstaktik bis hin zum, ja, letztendlich dem Resultat, was bei Ransomware dann immer mal sehr eindeutig ist. Das heißt, am Anfang brauche ich als Angreifer erstmal ein Ziel. Wie suche ich mir das aus? Meistens, indem ich so eine Art Reconnaissance-Erkundung betreibe. Ich suche also erstmal nach den Low-Hanging-Foods, nach IP-Adressen, die vielleicht, die nach öffentlich erreichbar sind, wo vielleicht ungepatchte Systeme herrschen, wo ich vielleicht schon sehe, okay, da ist ein Web-Server, der ist interessant, schon was da an Daten liegt oder was ich dort an Namen sehe, das könnte interessant sein, vielleicht ist das irgendwie dieses System veraltet, hat ein paar Schwachstellen, die ich hier, wo ich auch meine Exploits schon früher habe, die ich mir einmal gebaut habe und dann eben auch für jeden anderen Server, der mit derselben Schwachstelle angreifbar ist, ausnutzen kann. Die meisten Angreifergruppen haben dann so ein Portfolio an verschiedenen Exploits und suchen sich dann nach bestimmten Schwachstellen dann, ja, ich sag mal, die Opfer sozusagen aus. Wenn wir uns in den letzten Jahren das angucken, wir hatten letztes Jahr das Netscaler-Problem bei Citrix, eine Riesenwelle, wo man eben dort über die Schwachstellen reingekommen ist, 2021, das Exchange-Thema ist, glaube ich, immer noch den meisten irgendwo geläufig, das hat uns eigentlich ein Jahr lang beschäftigt. Ich hatte ein Jahr später immer noch kompromittierte Exchange, wo ich gesagt habe, wie seid ihr eigentlich das ganze Jahr, also es ist nicht verwunderlich, dass sie verschlüsselt wurden, sondern es ist verwunderlich, dass sie dieses Jahr bis dahin geschafft haben. Das sind so Themen, wo man dann eben auch im großen Stil sich eben den Anfilz-Vektor als Schwachstelle sorgt. Wir erkennen natürlich ganz klassisch Phishing, dass man eben eine gut vorbereitete Phishing-E-Mail vielleicht auch an Daten, die man jetzt im Darknet in einer großen Sammlung gekauft hat, dann schiebt man die eben an 1, 2, 3 Millionen Empfänger und dann ist es den meisten Angreifern tatsächlich egal, erst mal wer da dahinter steckt. Das Ziel ist erst mal zweitrangig. Hauptsache ich habe erst mal den Fuß rein, den Angriffs-Vektor, ich benutze den, um eben meinen Patienten-Mullen nennen wir das meistens, also das erste System, das infiziert wird und sobald ich dann erst mal in der Infrastruktur bin, dann ist der Moment, wo ich sage, okay, wen habe ich denn hier eigentlich? Dann versuche ich mich um diesen Betroffenen herum meine Datensammlung aufzubauen, das heißt ich sammle Daten aus der Infrastruktur, ich recherchiere, wen habe ich denn hier, in welchem Land bin ich denn, in welcher Zeitzone bin ich denn, was macht die ganze denn für einen Umsatz, weil ich brauche diese Zahl am Ende für die Abrissung und wenn ich das habe, dann kann ich wie gesagt anfangen mich in der Infrastruktur zu verbreiten, ziehe also zum Beispiel vom Domainkontroller erstmal die ganze Nutzerdatenbank ab, gucke mir die Passwörter dort an, versuche also vielleicht die Passwörter zu cracken, um mir erhöhte Rechte zu besorgen, ich kann möglicherweise Dokumente aus verschiedenen Datenbanken, aus File-Servern, gerne auch von Rechnern aus der HR-Abteilung irgendwie mir klauen, damit ich eben dort auch für die Verhandlung dann eine ganze Menge wichtiger Daten exfiltriere und dann verbreite und dann verbreite ich letztendlich meine Schadsoftware bis hin zur Ransom-Wert dann ganz am Ende, womit ich dann sozusagen ja den Supergauer am Ende auslöse. Dieses Verbreiten innerhalb der Infrastruktur, das nennt sich Lateral Movement, oftmals ist es heute so, dass die Angreifer tatsächlich dafür gar keine Schadsoftware selber schreiben müssen, man nutzt hier ganz viele administrative Tools, man nennt das so ein bisschen Living of the Land, also dass man sich eben Tools schnappt, die schon existieren. So ein Klassiker für sowas ist so ein PS-Exec zum Beispiel, wird der eine oder andere Admin schon mal gehört haben, ist ein Microsoft-Tool, was mir die Erlaubnis gibt oder die Möglichkeit gibt, von einem Rechner auf den anderen zuzugreifen, Daten rüber zu holen, Programme zu installieren und das ist halt ein Tool von Microsoft, das heißt, kein Defender in seiner Standardkonfiguration wird hier sagen, oh halt, stopp, da passiert was. Warum? Ist ja ein ganz normales Administrationstool und genauso ist es auch mit einem NetScanner oder mit einem Process Explorer und am schlimmsten ist es tatsächlich am Ende oder auch was die Exfiltration oder den Zugriff der Angreifer immer noch ins Netzwerk angeht. Wir sehen ganz oft, dass sich die Angreifer gar nicht mehr die Mühe machen, irgendwie einen eigenen Remote Access Trojaner zu programmieren. Sie nehmen einen TeamViewer oder einen AnyDisk. AnyDisk ist der beste Remote Access Trojaner, den es gibt, weil ich habe von außen Zugriff, ich muss mich eigentlich gar nicht um die Infrastruktur kümmern, weil das Programm ist schon programmiert, ich kann es kurz und los runterladen, ich installiere das, ich habe meinen Zugriff festgelegt mit Nutzernamen und Passwort und ich kann das auch nutzen, um eben Daten rüber zu kopieren. Dauert eine Weile, okay, aber wenn ich als Angreifer es schaffe, relativ unbemerkt zu bleiben, habe ich 1, 2, 3, 4 Wochen Zeit, um meine Daten zu explizitieren und im allerletzten Schritt ist dann wirklich, wo ich diese Daten vernichte oder verschlüssel, also meine Ransomware ausrolle und dann sozusagen die Infrastruktur komplett eigentlich in ihrer Funktion einschränke. Und das passiert dann meistens irgendwie an einem Freitagabend oder Samstagfrüh und montagsmorgen ist es dann vielleicht die Assistentin vom Chef, die eigentlich technisch gar keine Ahnung hat. Aber das ist bei Ransomware überhaupt nicht das Problem, weil die Ransomware ja in jedem Ordner, auf jedem Best-Desktop-Hintergrund, wir nennen das heute auch Printbombing, wenn man aus den Druckern hundertmal diese Notiz ausdruckt, damit wirklich jemand, der technisch überhaupt wirklich ein völliger Laie ist, trotzdem versteht, oh, wir haben da ein Problem. Also, danke Christian. Ulf, vielleicht kannst du noch mal berichten. Ich würde eine Ergänzung an der Stelle machen. Christian hat das wunderbar erklärt. Die eigenen Werkzeuge, die im Netzwerk vorhanden sind, Thema PowerShell, ist für mich so ein Thema, was man sich wirklich genauer angucken soll oder sollte an der Stelle. Es gibt Mechanismen, sich natürlich dort auch, Stichpunkt Software-Signing, Script-Signing, natürlich auch abzusichern, um natürlich zu verhindern, dass ich mit diesen bordeigenen Mitteln mir eigentlich den Weg zu den Daten oder auch hinaus erst mal erarbeite. Und ich glaube, das sind so ganz kleine, du hast es vorhin gesagt, Low-Hanging-Fruits, die ich angehen kann, die werden gesehen, aber leider Gottes werden sie nicht konsequent angegangen, weil sie natürlich einen gewissen Impact auf den Aufwand, den Betrieb und natürlich die Integration einer solchen Lösung in die Infrastruktur mit sich bringen. Und das ist etwas, wo ich einfach denke, da muss auch ein Umdenken an der Stelle stattfinden. Ja, Ulf, du als Sicherheitsbeauftragter 27001 zu den Kunden gehst, was sind denn so die Themen, die du mit den Kunden da tagtäglich hast, wenn wir über solche Themen sprechen? Ich glaube, wir haben vorhin das schon ein Stück weit angesprochen, der größte Punkt ist, ein Verständnis für die einfache oder für die eigentliche, für die prozessualen Dinge, die das Unternehmen, als wir nennen das Kernprozess, sozusagen haben und wie werden diese Kernprozesse, wo das Unternehmen Geld verdient, durch IT-Technik unterstützt und diese sozusagen auch zu bewerten. Erst mal zu sehen, welche, wir sagen dazu Assets, welche Assets, welche Werte habe ich im Unternehmen, die ja nicht nur materieller Natur sind, sondern das kann ja auch geistiges Eigentum sein, das können Patente, alles Mögliche sein und das sozusagen fassbar zu machen und erst mal zu transformieren, dass da ein Bewusstsein entsteht, dass das schutzbedürftig ist und es dann mit den richtigen Bewertungsmitteln so aufzuarbeiten, dass klar wird, der Subprozess, der sozusagen die IT am Ende des Tages darstellt, so abzusichern, dass wir das Schutzniveau erreichen, was wir uns eigentlich wünschen. Wir haben ja diese Themen, die gerade durch die Presse gehen, wenn wir uns Thematik VW angucken, weiß nicht, wer es jetzt gelesen hat, 2011 bis 2014, chinesische Angreifer, komplett im Netzwerk gewesen, wundert uns an der Stelle, ich will es gar nicht bewerten, aber das sind so Themen, die natürlich jetzt im Nachhinein wird darüber gesprochen und wie überall ist es so, VW hat an der Stelle natürlich erst gelernt, nachdem der Schaden eingetreten ist, nachdem wurde ein Cyber-Security-Programm mit vielen nützlichen und wichtigen Maßnahmen natürlich umgesetzt und auch mit einem entsprechenden Budget dahinter und das ist halt leider traurig, das im Alltag immer wieder zu sehen, dass Gelder erst freigegeben werden, wenn es eigentlich zu spät gewesen ist oder es zu einem Vorfall gekommen ist, das ist vielleicht so aus meiner Sicht etwas, was mich bewegt oder was auch die Kunden bewegen sollte. Ja, ich glaube, dass es durch die Medienpräsenz der Ransomware-Anfälle, die uns ja tagtäglich da über den Bildschirm fließen, auch mehr Präsenz in den Köpfen hat und dass es dadurch jetzt auch viel mehr Bewegung drin ist, aber um einfach jetzt mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch ein paar kurze Tipps und Tricks an die Hand zu geben, Ulf. Was kannst du jetzt einfach hier mal kurz zu sagen, was jeder auf seine Liste schreiben sollte? Ja, ich glaube, also das Thema, was wir schon angesprochen haben, immer skeptisch zu sein, wenn ich Dateien vielleicht mit aktiven Inhalten, das ist für den normalen Benutzer sicherlich schwer zu erkennen, ob jetzt eine PDF-Datei aktive Inhalte besitzt, aber es gibt technische Möglichkeiten, die es mir erlauben, natürlich im Datei-Header schon dafür scanning-technisch zu sorgen, dass diese gar nicht erst zugestellt werden, keine Konzepte, die eigentlich bekannt sind, die ich nutzen kann im Unternehmen, um natürlich dort einen doppelten Boden sozusagen für ausführbare Dateien an der Stelle zu machen. Dass jemand jetzt eine Exit-Datei durch die Gegend schickt, ich denke, das ist durch heutige Mail-Systeme eigentlich fast nicht mehr möglich, weil die sowieso unterbunden werden. Das sind Punkte, aber ich denke eben das Thema Makro ausführbaren Code innerhalb von Bildern oder auch anderen Dateien, das ist ein Thema. Nach wie vor Schnittstellenmanagement im Unternehmen an den Endgeräten, Thema USB-Stick, das ist einfach ein Ding, Christian, da kannst du wahrscheinlich noch viel mehr dazu erzählen, gerade im Pentesting-Umfeld. Das typische Thema USB-Stick im Parkhouse verteilt und wir wissen, was damit passiert. Das funktioniert immer wieder. Also das ist, da werden wir nicht langweilig. Wir haben ja doch schon jahrelang verschiedene USB-Sticks konzipiert, die ja verschiedene Inhalte haben, die verschiedenes Aussehen haben. Wir haben wirklich damit umgetestet, welche USB-Sticks denn am ehesten den Nutzer da zu verleiten. Wir haben manchmal beschriftet mit ja wichtig oder relevant oder manchmal auch Themen wie Urlaub oder Kinder, um eben zu gucken, wie die Nutzer auf sowas reagieren. Und das ist tatsächlich beim Pederationsstesting ein Mittel, ja, weil doch bei ganz vielen Leuten die Neuge am Ende überwiegt, überwiegt dann doch dieses Sicherheitsbedürfnis. Man hat es so oft gehört und trotzdem, ja, könnte ja was Interessantes sein oder könnte ja dem Chef gehören oder dem Kollegen oder ist das meiner? Ja, ich hatte auch so einen ähnlichen, ja, und dann steckt man den vielleicht dann doch an und, ja. Aber ist auch ganz interessant, meine Tochter ist jetzt siebte Klasse und die sollen immer mit einem ausgeteilten USB-Stick dann ihre PowerPoint-Präsentation für die Lehrerin auf dem USB-Stick laden. Das heißt, das sind ungefähr 27 Rechner auf einem USB-Stick gelaufen, der dann nochmal schön als Schulnetzwerk angeschlossen wird. Also ich glaube, das ist auch eine ziemlich erfolgreiche Strategie, ne? Also da auch die Lehrerinnen und Lehrerinnen darauf aufmerksam zu machen, das ist vielleicht keine so gute Idee, ne? Aber ja, nur noch eine kurze Anekdote aus Real Life, ja. Ja, aber das ist ja, wie gesagt, wir können USB-Sticks nicht verbieten, ne? Also wir benutzen die, ihr benutzt die jetzt nicht so, als ob wir jetzt per se sagen, dass es was Schlechtes, ne? Man muss sich einfach nur dieser, da sind wir wieder beim Thema Bewusstsein, man muss sich diese Gefahr ein bisschen bewusst sein, kann ich es denn vielleicht alternativ lösen? Und B, habe ich denn aber technische Möglichkeiten, die eben vielleicht dafür sorgen, dort eine Gefahr zu minimieren, ne? Sei es beispielsweise einfach eine EDR-Lösung auf dem Schulrechner, der dann einfach, sobald der USB-Stick angeschlossen wird, die Daten erst mal scannt, ne? Der vielleicht sagt, okay, PDF mag sein, hat Makros, okay, dann müssen wir schon unterscheiden, was ist das Ganze, ne? Und dann kann man möglicherweise immer noch sagen, okay, wird freigegeben oder, ja, wurde in Quarantäne verschubelt und, was mache ich jetzt? Ja, das Kind muss nächste Woche nochmal kommen mit einer neuen Presi ohne Makros. Wie gesagt, es gibt für manche Dinge keine perfekte Lösung. Das muss man dann auch manchmal ein bisschen abwägen. Aber wie gesagt, dass man zumindest die Awareness hat oder vielleicht zumindest die Technik dahinter hat, die dann sowas überprüft. Und Schulen sind natürlich auch immer so ein Thema, wo wir wissen, dass, ich sag mal, sowohl an Personal, als auch, also Ressourcen in jeder Art, sowohl personell, als auch technisch dort, ja, sagen wir mal, Luft nach oben. Das ist einfach so. Das hast du sehr nett formuliert. Ja, ist ja kein Geheimnis. Und das wissen die Schulen auch. Das ist denen ja klar. Aber wo soll es herkommen, wenn nicht von oben? Genau, und da sind wir wieder beim Thema Chefs darin. Aber einfach nochmal weiterzugehen, um die Checkliste auch noch weiter zu erweitern. Was können wir denn sonst noch tun, außer vielleicht USB-Sticks jetzt nicht überall anzuschließen? Ich denke, das ist auch heute schon herausgekommen. Natürlich ist das Thema Datensicherung ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der relevant ist. Und wie wir ja heute gelernt haben, die Verbreitung innerhalb des Netzwerkes ist eben bei einem Ransomware-Angriff eigentlich das tödlichste Thema, was wir an der Stelle haben. Deshalb kann man immer darauf setzen oder muss eigentlich darauf setzen, dass die Backups immer offline gelagert bzw. auch durch Netzwerksegmentierung tatsächlich abgeschottet sind und in einem sicheren Bereich liegen, weil das eigentlich die einzige Chance ist, um am Ende mit einem vernünftigen Backup- und Wiederherstellungskonzept so einen Vorfall auch relativ mit leichten Füßen, ich nenne es mal so, überleben zu können. Also aus der Erfahrung, wenn man sich so einer Ransomware gegenüber sitzt und hat ein funktionierendes Backup-Konzept, weiß, dass man nicht komponotierte Backups hat, wir gehen dann meistens ein, zwei, drei, vier Wochen zurück, weil wir ja wissen, dass die Angreifer in dieser Zeit schon im Netz waren, ist es aber trotzdem so, dass man ganz anders in eine Verhandlung geht, ganz anders in eine Wiederherstellung gehen kann, mit viel weniger Druck, mit viel effizienter und schneller, weil man einfach weiß, was man eigentlich noch in der Hintergrund hat und nicht eigentlich komplett neu aufbauen muss. Das ist sehr hilfreich und wie gesagt, das ist natürlich am Ende auch Kosten- und Personaleffizient, dann dort wieder auf dem Weg der Rückkehr sozusagen. Nancy, du hast es angesprochen, die Basics, würde ich jetzt sagen, die eigentlich zu einem vernünftigen IT-Sicherheitskonzept in einem Unternehmen gehören, sind eigentlich die Tragpfeiler, über die wir hier an der Stelle sprechen müssen. Das Thema Netzwerkinfrastruktur, ich hatte es schon mehrfach gesagt, das Thema Segmentierung, wie kriege ich sozusagen Grenzen, das Netzwerk eingezogen, damit ein Übergriff nicht möglich ist, ich eine Risikominimierung durchführe. Das Thema immer wieder Least Privileges, das ist wirklich das A und O, das hilft nicht gegen alles, aber es ist natürlich eine enorme Hilfe, wenn man sich Angriffsszenarien anschaut, wie ich es verhindern kann, um rechte Eskalation am Ende zu vermeiden. Wir haben schon drüber gesprochen, ich denke, wir müssen jetzt nicht alle Themen, Aktualisierung von Softwareprodukten, ganz wichtig darüber, patchen, 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 patchen. Mitarbeiter sensibilisieren, sensibilisieren, sensibilisieren und das vielleicht auch mal mit anderen Ansätzen. Das Thema Gamification vor ein, zwei Jahren eigentlich so durch die Medien getrieben, wir haben uns solche Sachen angeschaut, das ist mal ein ganz anderer Ansatz, um Bewusstsein, einen Rollentausch auch vorzunehmen, vielleicht einfach mal hinzugehen und zu sagen, Mitarbeiter, du bist jetzt in die Lage versetzt, ein Hacker zu sein und du hast die und die Ziele zu verfolgen. Das sind alles Dinge, die natürlich auch nochmal eine zusätzliche, nicht nur diesen Spielfaktor, aber auch ein Stück weit Motivation und Aufmerksamkeit mitbringen. Über solche Dinge kann man nachdenken, was das natürlich leichter macht für den Benutzer. Ja, oder so ein Vorfallskalender oder Sicherheitskalender, regelmäßig die Mitarbeiter mit Aufgaben versehen und kleinen Updates und Schulungen. Auch wenn Schulungen immer wieder, öh, wieder eine Schulung. Aber es ist vielleicht, wie du schon gesagt hast, ein bisschen netter verpacken und die Aufmerksamkeit dahin zu senken. Ja, genau. Ich bin jetzt hier einfach mal ein Stück weit durchgegangen. Genau. Diese Unterlagen werden zur Verfügung gestellt, ich denke, wir müssen da nicht auf jedes Thema eingehen. Interessante Ansätze nochmal auch über den Kalender, da werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Genau, aber das ist noch ganz geheim. Spoilern sozusagen. Genau, Spoilern in die nächsten Wochen. Aber ja, vielleicht, was können wir außerhalb dieser Themen tun? Ja, jetzt schon dreimal angesprochen, patchen und ein Schwachstellenmanagement. Aber ich glaube, was bei vielen Unternehmen auch die Herausforderung ist, natürlich auch die Mitarbeitergröße in der IT, dass es vielleicht auch manchen Administrator gar nicht zeitlich möglich ist, alle Systeme im Blick zu haben. Und das sind eben genau die Themen, die wir auch als Softline mit unserer, ich sage es immer, verlobten Digiforce auch gerne für unsere Kunden und Kundinnen anbieten, ihnen das abzunehmen, einen Service bereitzustellen. Einfach, weil wir darum wissen, wie schwer das ist, gute IT-Mitarbeiter zu finden, dass das einfach in der heutigen Zeit wirklich nicht leicht ist. Und eben auch mit einer ISO-Beratung. Ulf, das ist ja auch eines deiner Steckenpferde. Du gehst zu Kunden und zeigst ihnen, wie sie sich dafür aufstellen können. Damit angefangen. Ja, aber eben dann auch ganz hart, Tests durchzuführen und eine Angriffssimulation in Form eines Pentests. Aber Christian, vielleicht magst du noch was dazu erzählen? Ja, natürlich gerne. Wir haben, ich sage mal, verschiedene Pentests im Portfolio. Einen, den ich immer am meisten mag. Tatsächlich ist etwas, das wir Kleinseite-Penetrationstest nennen. Wir schnappen uns also bei einem Unternehmen einen ganz klassischen Nutzerrechner mit einem ganz normalen Windows-Betriebssystem mit einem ganz klassischen Standardnutzer. Den lassen wir uns immer vom Auftraggeber geben. So wie eben der normale Nutzer vorm Rechner sitzt und wir haben dann sozusagen ein Portfolio an verschiedenen selbstprogrammierten Chartsoftware. Also wir haben eine eigene Ransomware, wir haben einen eigenen Keylocker, einen eigenen Trojaner und, und, und. Und fangen dann an sozusagen dieses System mal zu bombardieren mit unseren Möglichkeiten. Wir spielen also den schlimmst anzunehmenden Nutzer, an dem wir einfach bei allem Ja sagen. Schicken uns das Ganze also per E-Mail zu, klicken mal auf alles drauf und sagen Ja runterladen, Ja ausführen, Ja. Und prüfen in diesem Schritt sozusagen, wie denn die ganze Verteidigungslinie auf die ganzen Sachen reagiert, die wir haben. Was dabei natürlich wichtig ist, dass wir eben keine Dinge verwenden, die man irgendwie schon so kennt, also die Ransomware der großen Gruppen, die man nur schon seit Jahren, ja, die findet jeder, ja, sondern es geht darum, wirklich auf die, auf die Funktionen zu reagieren. und da gucken wir eben schon, welche Dinge werden denn vom Mail-Gateway schon vorher geblockt, welche Dinge kann man denn gar nicht runterladen, welche Dinge kann man möglicherweise gar nicht ausführen oder selbst wenn sie ausgeführt werden, werden dann sofort erkannt, in Quarantäne geschoben und vielleicht auch der Admin informiert. Diese ganze Kette Transparenz, Monitoring und Reaktion darauf, alles das testen wir und das eben auf einem kleinen System, also wo der normale Nutzer eben ganz plassig was runterlädt oder auf eine Mail klickt, dort spielen wir diese ganze Kette durch. Macht sehr viel Spaß, ist auch immer sehr anschaulich. Ja, das ist so eine Sache, die wir an der Stelle anbieten können. Wenn es gut funktioniert und du quasi mit deinen Ansprechpartnern beim Unternehmen einen guten Plan erstellt hast, dann freuen sich doch alle am Ende des Tages. Es ist die, ich hätte fast gesagt, die perfekte Ergänzung für das, was wir eigentlich an Vorarbeit leisten, das natürlich auch zu prüfen und zu schauen, ob nicht nur die Regelungen, die Prozesse, sondern auch die Technologie am Ende des Tages funktioniert und daraus zu lernen. Das ist das, was eigentlich auch die Ergänzung in der Zusammenarbeit nicht nur in dem Bereich Security Operation Center, sondern auch in unseren Projekten, die wir zusammen machen, tatsächlich auch ergeben. Und das ist eine super Synergie und die hilft den Kunden und natürlich uns. Ja, super. Also, an dieser Stelle erstmal ganz herzlichen Dank an meinen lieben Kollegen Ulf und Christian. Gerne. Ich würde jetzt gerne in die Runde fragen, ob es Fragen bei den Zuhörerinnen und Zuhörern gibt. Aber ich habe hier schon eine Frage erhalten. Was heißt eigentlich unser Sock? Wir haben jetzt schon ganz oft darüber gesprochen. Was ist unser Sock Offering? Ulf, vielleicht magst du kurz was dazu erzählen. Die Idee ist natürlich daraus entstanden, dass wir darüber nachgedacht haben, von Kunden angesprochen worden, wie können wir genau in diesem Thema Transparenz in Netzwerken, Stichwort Systeme zur Angriffserkennung, natürlich unseren Kunden helfen. Und da haben wir uns vor circa zweieinhalb Jahren eigentlich zusammengesetzt, die Ideen zusammengeworfen und haben daraus ein Portfolio gebaut, indem wir unterschiedliche Leistungspakete, angefangen von dem eigentlichen Security Monitoring, was man sich vielleicht mithilfe eines Teams ganz einfach vorstellen kann, zu sehen, was ist in einem Netzwerk an der Stelle los und wie reagiere ich darauf. Das ist ein Bestandteil, aber das umfasst natürlich noch viel mehr das Thema Schwachstellenmanagement, das Thema Threat Hunting, das Thema natürlich Incidence Response in dem Moment, wo tatsächlich was passiert, in der Lage zu sein, darauf reagieren zu können, es zu untersuchen, zu sehen, was ist das, es bewerten zu können an der Stelle, aber natürlich auch noch Zusatzdienstleistungen, die wir drumherum gestrickt haben, in Richtung Pentesting, in Richtung Configuration Management zu schauen, habe ich Härtungsrichtlinien in meinem System tatsächlich auch umgesetzt. Das sind alles Bausteine, die wir um diesen Service drumherum gebaut haben und die wir unseren Kunden an der Stelle gemeinsam anbieten. Vielleicht ganz kurz, als Ergänzung, und das Ganze eben auch 24-7. Es geht darum, eben auch dann ein Auge auf dieses Thema haben zu können, wenn denn eben, ja jetzt im Normalfall jemand im Urlaub ist oder nachts unterwegs ist oder was auch immer im Bett liegt, dass man eben doch die Möglichkeit hat, dass diese Daten weiterhin gesammelt werden, dass diese Daten weiterhin gespeichert werden und man dann eben doch dem Kunden sagen kann, wir haben auch die Möglichkeit, hier zu reagieren, wir sehen den Angreifer, wir können den Angreifer irgendwo blockieren, sperren, in Quarantäne stecken und euch das Ganze natürlich auch reporten zu Feiertagszeit, Wochenende, Nachtswährung. Jetzt könnte ich noch ergänzen, dass wir natürlich daraus auch den Benefit für das Unternehmen und für die Sicherheit im Unternehmen natürlich ziehen können, weil wir natürlich sehen, was passiert und wir können daraus Schlüsse ziehen und können natürlich, und das tun wir auch, beraten, in welche Richtung sollte man Maßnahmen, vielleicht auch technologische Sachen anpassen oder hat Verbesserungspotenzial. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden immer von einem Kreis von Aktion, Prüfen, Reaktion, Neuplan, Verbessern. Genau, weil nach dem Vorfall ist wieder vor dem Vorfall und ich glaube, das ist ganz wichtig. Was man vielleicht auch noch zu unserem SOC sagen kann, was ja auch unsere Partnerschaft ausmacht, wir sind quasi redundant angebunden. Das heißt, wir arbeiten hier in Leipzig, einmal hier am Gutenbergplatz und einmal in der Togauer Straße. Das heißt, falls hier die Bauarbeiten etwas zerstören würden, haben wir das eins zu eins nochmal Luftlinie, zwei Kilometer, ich glaube, zehn Minuten mit dem Auto. Von daher ist das auch noch ein super Vorteil, der auch diese Partnerschaft dann auch mal unterstützt. Ja, und es ist natürlich durch ausgebildete Fachkräfte unterstützt. Hier bei uns auf der Seite, Ulf, vielleicht kannst du noch von unseren Kolleginnen und Kollegen berichten. Einmal du natürlich als Sicherheitsberater, der das Organisatorische im Blick hat. Da gibt es ja aber auch noch ganz viele andere Kolleginnen, die ihn so nämlich auch unterstützen. Ich glaube, klassisch kennt man das oder vielleicht auch nicht. Am Ende gibt es Leute, die natürlich die Security-Monitoren übernehmen. Dort haben wir natürlich Personal, was in dem Bereich Analyst, Ingenieur an der Stelle unterwegs ist, aber natürlich auch die Beratungskompetenzen mit einbringen können und wir auf der anderen Seite natürlich das ganze Thema Managen eines Kunden, Service Reports, KPIs, die dazugehören, was wir natürlich auch aufarbeiten, auswerten, mit dem Kunden gemeinsam zur Verfügung stellen. Bis hin natürlich auch der Randthemen, die wir vorhin ganz kurz beleuchtet haben, die wir gemeinschaftlich abdecken und natürlich ausgebildete Menschen auf beiden Seiten haben, die studiert haben in den Bereichen Informatik, IT-Sicherheit, Forensik, in dem Bereich Forensik, aber natürlich auch Ausbildung in Technologien, also sprich in Netzwerken, in Systemen natürlich haben. Wir kommen aus dem Infrastrukturbereich, Wir haben da ganz großes Know-how, ob das Netzwerke um Systeme, Storage, Backup, ITC geht und das ist natürlich ein Vorteil, den wir dazu einbringen können und natürlich durch die langjährige Beschäftigung mit dem Thema Informationssicherheitsmanagement-System, Datenschutz, was wir natürlich ja auch beraten und wo wir unsere Kunden auch begleiten, fügen wir natürlich die Puzzleteile, die ich brauche, um eigentlich so ein gutes Security-Operation-Center für Kunden anzubieten oder auch es im eigenen Hause zu haben, fügen wir eigentlich das Wissen und die Menschen und die Technologie zusammen, um daraus eine runde Lösung anbieten zu können. Ich glaube, das war sehr gut zusammengefasst. Sehr schön. Ja, also dieses Puzzle, was wir jetzt vervollständigen mit unserem Security-Operation-Center, ist ein ganz, ganz schönes Bild. Ja, dann möchte ich noch ganz gerne dafür Aufmerksamkeit schaffen, dass wir am 6. Juni unser nächstes Webinar haben und zwar schließt sich das Thema an, das Thema NIST 2 und dazu gehöre Schwachstellenmanagement und Informationssicherheit. Ja, dann freue ich mich, wenn wir Sie dann dort wieder begrüßen dürfen und ganz herzlichen Dank, Christian und Ulf. Gerne doch. Die anderen wieder. Dann, bis bald. Dankeschön. Danke. Danke. Danke.